Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du ganz schnell und einfach einen Spieß herstellen kannst. Und zwar bei Handwerk unter Gegenstände in der dritten Reihe ganz rechts finden wir den Spieß. Ein langes Stück Holz mit dem Lebensmittel, hauptsächlich Fleisch, beim Kochen zusammengehalten werden. Und dafür brauchen wir einmal, nein nicht einmal, dreimal einen langen Holzstock oder dreimal einen kurzen Holzstock und ein Schneidewerkzeug. In meinem Fall ist es jetzt eine Metallsäge. Es funktioniert aber auch jegliches Messer, also auch das Steinmesser, ein Beil oder sonst was. Und dann können wir uns den schon einmal herstellen. Und der landet natürlich wie alles andere auch immer auf dem Boden. Dauert natürlich einen kleinen Moment länger, bis er hergestellt ist, der Spieß. Da ist er. Und den können wir jetzt in die Hände ziehen und können damit was aufspießen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss!